Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Enfamous Second Son mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Verpisst euch, ich hab hier alles befreit. Hier, der Beweis. Alles befreit. Hier ist nix mehr. Und jetzt ist hier die Mission, die werden wir jetzt mal machen. Ich hab mir das überlegt, ich mach das jetzt doch. Aber dann, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Befreien. Ja? Ich versteh das alles total. Diese Macht in machtlosen Sache. Und ich will helfen. Okay. Wenn du helfen willst, hilf mir einen entflohenen Conduit zu finden, der sich im Lantern District rumtreibt. Oh. Warum suchst du ihn? Oder sie? Ich will ihm bloß die Hand schütteln. Oder ihr. Okay. Also, äh, ich hab gehört, dass DOP will alle gefangenen potenziellen Conduits zu dem Sammellager im Downtown bringen. Der Konvoi soll mitten durch den Lantern District fahren, über die I-90-Überführung. Okay. Weißt du zufällig, ob jemand von denen wirklich Kräfte besitzt? Oh. Ja, ja. Absolut. Auf jeden Fall. Ja. Ah. Hey, danke. Ähm, sorry. Wie heißt du nochmal? Ähm, ich bin Eugene. Ein blöder Name, ich weiß. Hey. Meine Mutter hatte Delson aus einem alten Western. Ein Cowboy. Mhm. Was? Wie geht's hier? Wo müssen... Ach, das ist jetzt hier drüben. Na gut. Dann würde ich sagen... Das ist aber... Ja, wir befreien erstmal diesen Bezirk hier. Ich setze mir jetzt hier eine Markierung zur Kamera. Damit ich weiß, wo ich hin muss. Dann speeden wir da mal hin. Huch! Ich will ja... Hey Eugene, ich glaube, das Einfachste wäre, die Straße ein bisschen absacken zu lassen. Ihnen den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Hä? Ähm, du könntest sie einfach sprengen. Nein. Dabei könnte der Conduit, den ich suche, draufgehen. Ich kappe bloß die Träger und durch das Gewicht der Laster senkt sie sich. Zack. Straße gesperrt. Ich muss jetzt weitermachen. Okay. Oh Mann. Darum bin ich so ein Fan. Ich wünschte, ich könnte das sehen. Na, dann komm und sieh zu, Mann. Aber aus sicherer Distanz. Denn wenn wir Conduits loslegen, haltet ihr Sterblichen lieber Abstand. Klar. Klar. Ähm, ich glaube, ich bleib dann doch lieber zu Hause. Ich sag Bescheid, wenn ich was Neues über den Konvoi rausfülle. Aha. Die muss ich abschießen. Ich wollte das nicht, aber naja. Eugene, wann soll der Konvoi hier auftauchen? Äh, heute Abend? Ich weiß es nicht genau. Bist du noch an der Überführung? Ja, bin ich. Ich freunde mich gerade mit den Einheimischen an. Da oben ist aber gar kein Verkehr, Mann. Ja, weil die D.U.P.s die Überführung für die Zivilisten gesperrt haben. Bist du schon fertig mit den Trägern? Ja, alles bereit. Ich gehe jetzt rauf und mache mich bereit für ein kleines Spielchen mit den D.U.P.s. Ich verstecke mich da, wollte ich gerade sagen. Scheiße. Karma Stufe Vorbild. Das Offizie... Oh. Oh. Achso, das war nichts. Scheiße. Scheiße. Ach, verdammt. All natürlich. Oh oh. Trottel. Ey, Eugene, red mit mir, Mann. Wonach suche ich in dem Konvoi? Äh, keine Ahnung. Ich meine, die transportieren viele Gefangene. Also, vielleicht noch Bus... Wow. Was war das? Ich, dass Eugene da drinne sitzt. Na, endlich! Aha. Der haut ab. Der haut auch ab. Oh, scheiße. Feind ausgelöscht. Das war aber aus Versehen. Ich sehe deine Beine. Hat wohl nicht funktioniert. Da ist es. Scheiße. Ich bin zu langsam mit diesem Ding hier. Aber aus der Distanz ist gar nicht mal so verkehrt. Haben wir denn... Ah ja, ich habe noch genug. Das richtige Beintreffen ist schwer. Das richtige Beintreffen ist schwer. Vor allen Dingen, wenn die sich dann bewegen. Mist. Da ist keiner. Da ist keiner. Da ist keiner. Scheiße. Ich sehe jetzt hier keine Gegner. Ich möchte auch nicht dichter rangehen. Dann gebe ich ja meinen Vorteil weg. Da ist der. Na, endlich! Aha! Halt Neon-Enzyme. Das warst du nicht. So, jetzt wird es gefährlich. Sie kommen dichter. Ah, das ging durch die Beine durch. Scheiße. Den haben wir auch. Ah, da. Ah, jetzt wieder weg. Warte, 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 warte. Den haben wir auch. Da ist noch eine. Da war eine. Aha! Oh. Aha! Die tauchten ja beide so unvermittelt auf. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich am Bus. Kann ich hier irgendwas machen? Bus durchsuchen. Habt ihr das Schwert da drin gesehen? Meine Fresse, das kennen wir. Das mit dem Schwert, meine ich. Eugene, Mann, die Busse sind längst weg. Weißt du vielleicht, wo sie hin sind? Keine Ahnung. Der Funkverkehr ist totales Chaos. Ich verstehe nicht, wohin sie wollen. Ah, warte. Du hast dich in den DUP-Funk eingeklinkt? Wie hast du das geschafft? Nur eine Ad, an der ich umgebastelt habe. Hier, ich schicke dir den Link. Okay. Hab ich. Also, was macht die? Sie ortet Signale. Man kann den DUP-Funkverkehr belaut. Wartet mal, ich will mal schnell die Markierung ausschalten. Wo haben wir die denn? Da hinten. Aber das Coole ist, man kann auch die Richtung bestimmen, aus der das Signal kommt. Oh Mann. Das Ding muss ich unbedingt ausprobieren. Kein Signal höher klettern. Ich will nur mal schauen, ob hier jemand rumliegt, den es zufällig erwischt hat. Ansonsten lassen die Leute sich ja hier von nichts stören. Hoch genug. Was soll ich denn jetzt machen? Das Verfolgen hier ist ja interessant. Halt, was war das? Wir haben eine Information bekommen. Sehr schön. Gut. Ich würde aber trotzdem sagen, ich kümmere mich jetzt hier um diesen Bezirk hinter uns. Keine Ahnung, wie viele Tote wir haben, aber auch ein paar APCs sind hin. Sogar ein paar Helis hat es erwischt, aber ich glaube, das war nicht Rowe. Vielleicht ein zweiter Bioterrorist. Vielleicht noch mehr. Ja, den Nebel konnte man nicht sehen. Aber was ist auch wahr, es ist weg. Wie auch Rowe. Rowe. Ich glaube, das war es, ne? Gut. Kein Signal höher klärt den Film. Mal gucken, ob wir dichter kommen. Wenn ich jetzt hier so lang... Ah, hier ist ja noch was. Ich muss da hin. Ich gehe mal in die Richtung. Ich muss meinen Plan erstmal beiseite lassen. Dann gehen wir hier rauf. So, das reicht. Aha, hier ist das Gefängnis. Irgendwo. Ich sehe hier nur Bäume. Ich sehe hier bei... Da sehe ich einen Konvoi. Oh, scheiße. Scheiße. So. Den haben wir auch. Warten, bis der Fokus sich aufgeladen hat oder was immer das sein soll. Die haben wir auch. Ah, ihr kommt hier hoch, ne? Dich habe ich. Jetzt bist du dran. Scheiße, doch nicht. Ich höre das. Wieder Karma. Da liegt noch einer. Guck mal, da ist dieses Schwert. Hier sind keine mehr, ne? Kann ich nur rauf einziehen. Das will ich nicht. Ist hier der Bus? Hier ist der Bus. Hier ist der Bus. Leer? Jemand muss vor mir hier gewesen sein. Ihr seid neu. Bedauern, ich habe andere Probleme. Ich habe das ja noch. Ich habe das ja noch. Hier ist der Bus. Da waren drei auf der Überführung. Also sind noch zwei übrig. Hey, mein großer Fan. Noch da? Tja. Ein kleiner Rückschlag und du legst einfach auf. Wir brauchen Hilfe. Das ist mir ein schöner Fan. Es sind einfach zu viele. Die sind überall. Überall. Der Nebel. Ich kann nicht sehen. Hört ihr das? Das ist da hinten irgendwo. Ich weiß nicht, ob das gut ist, jetzt hier so rumzurennen. Ich ahne mal eher nicht. Zielgesichtet? Wo ist denn der? Da. Zwei Hubschrauber. Das hätte ich mal nicht machen sollen. Ich habe nicht Kontakt zu Zielpersonen. Scheiße. So, wieder erholt. Oh, Scheiße. So, der ist. Habe ich noch? Nein, es geht noch. Drei Raketen habe ich noch. Aber hier wird ja irgendwo Reklame sein oder was. Rauch will ich nicht entziehen. Die lassen sich hier gar nicht stören, die Leute, ne? Da hinten ist Reklame. Ich wollte das ja eigentlich gar nicht. So, weiter geht's. Ich habe aufgerüstet. Da ist er. Seht ihr ihn? Da. Da kann ich ihn nicht sehen. Ich werde mich hüten. Da ist er. Oh, diese Schweine, wo die... Hier sind Leute und die ballern hier einfach rum. Oh, Mist. Ich muss bloß aufpassen. Ich will den ja nicht auslöschen. Ich habe jetzt gewartet, dass er schießt. Ich habe zu früh losgelassen. So, jetzt ist der weg. Gut. Den haben wir auch. Scheiße. Oh, 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 oh. Der war dicht. Bleib hier hinter. Gut. Jetzt mal holen. Ah, mir geht's nicht gut so weit. Ah, du willst woanders hin. Wo willst du denn hin? Hä, weg ist er. Gar nicht hast du. Hier hinten muss noch irgendwo einer rumkriechen. Wo ist denn diese scheiß Kamera? Oh, jetzt sehe ich sie erst. Spannend. Genau. Spielst du mit deinem Leben? Ah, scheiße. Sind das nur noch die beiden? Na, wartet ihr Säcke. Kann ich mich irgendwo aufladen hier? Oh. Ich hänge. Ich brauche ein bisschen. Ja. So, das reicht. Das muss reichen. Und den hier hoch. Oh, das Schild. Ist er weg? Die sind weg, ne? Oh, es klappt diesmal auf Anhieb. Wo ist der andere Vogel? Da hinten. Und den hier hochkriegen. Aha. So. Okay. Da ist so ein... Ja, da machen wir das gleich fertig, ne? Komme ich da irgendwie hin? Das wird nicht ganz so einfach werden hier. Vielleicht hier rüber? Ne. Wo stehe ich denn jetzt da? Wo ist denn das Ding? Wie kommt man denn da rüber? Ich glaube, die Idee war schon gar nicht mal so schlecht. Erstmal auf die Autobahn. So, jetzt sind wir hier. Wo ist das Ding? Da hinten. Aha. Ach, du Kacke. Kann ich hier höher? Höh. Ja, gut. Geht. Ach, scheiße. Ich habe mich verdrückt. Ah, da ist auch noch so ein Ding. Oh, das ist aber ein bisschen sehr unfair Spiel. Jetzt sitze ich hier einen Kilometer hinten wieder zurück. Oh Mann. Ich hasse so eine Speicherpunkte. Das sind eigentlich gar keine Speicherpunkte. Das ist einfach nur gemein. Ja. Ach Mann. Warum verdrücke ich mich denn immer? Ich drücke auf das X. Und er macht aber diesen Dings nicht. Diesen hier soll er machen. Das macht er nicht. Ich drücke doch drauf. Zweimal. Wirklich. Ich will wenigstens das olle Auto noch haben. Geht doch. Wer sagt's denn? Ich hab Angst. Ich seh nix. Ah. Wo bist du denn da? So, weg. Mann. Hallo. Ach, Spiel. Lass mich doch mal. Spiel. Ich drücke auf die Kreistrasse. Ihr habt es ja gehört. Aber er macht diesen Sprung nicht. Jetzt hänge ich hier wieder. Ah. Hier. Das sollte er machen. Macht er nicht. Komme ich denn hier hinten? Nee, da komme ich nicht. Ich muss hier oben. Ich hab das doch vorhin auch geschafft. Jetzt geht's doch. Verstehe das, wer will. Ich verstehe das nicht. Wo ist dieses doofe Fahrzeug? Das ist... ...unter mir? ...über mir? Hä? Kommen wir hier rauf? Verfolgen sie das Signal. Nee. Der ist hier drinnen. Was schieße ich hier jetzt kaputt? Hä? So einen hatten wir noch nicht, ne? Ja. Ach so. Was kommt denn da raus? Und kaputt machen! Hat aber gedauert. Splitter. Keine Splitter? Doch. Doch. Splitter, Splitter, Splitter. Huch. Ach, scheiße. Scherwilze. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, hier ist noch... Da ist noch einer. Und hier ist auch noch einer, ne? Da. Dann gucken wir mal auf der Karte. Hier sind wir. Da ist noch eine Kamera. Sehe ich die von hier? Müsste ich eigentlich sehen, ne? An welchem Pilz ist die? An diesem oder an diesem? Oder an diesem? Sehen tue ich sie erst mal nicht. Ach, die ist da drüben. Auf der anderen Seite. Dann probieren wir es mal. Da. Da muss sie sein. Da ist sie. So. Hier haben wir auch kaputt. So. Naja, Freunde. Dann habe ich ja hier so ein bisschen zu tun. Das mache ich dann offline. Und in der nächsten Folge melde ich mich dann. Dann, guck mal, den haben wir ja hier befreit, den Bezirk. Dann sehen wir weiter, ne? Ich mache das hier fertig. Und wenn hier die Mission weitergeht, dann melde ich mich wieder. Ich danke mal fürs Zuschauen und sage Tschüss. Vielleicht bis morgen.